So, das sind diese Mikroorganismen, also letztendlich ist das so ein Aktivator für den Teich, insbesondere im Frühjahr nutze ich sowas, wenn der Teich noch relativ tot ist und auch der Filter, dann tue ich diese Mikroorganismen da rein und dann geht der Kreislauf halt wesentlich schneller los im Teich. Das vernichtet euch keine Algen oder so, das muss keiner meinen. Das Schöne ist, das ist halt biologisch, da kannst du nichts überdosieren und so weiter. Angegeben ist das mit 50 Milliliter auf 1000, ganz gut, man muss nicht abmessen, in der Kappe sind 40 Milliliter drin und dann kann man einfach ein paar Kappen reintun. Ob ihr ein paar mehr oder ein paar weniger rein tut, ist nicht schlimm, aber sorgt wirklich dafür, meine Erfahrung jedenfalls, dass der Teich besser, schneller im natürlichen Kreislauf ist durch diese Mikroorganismen. Genau, von daher im Frühjahr rein in den Teich.